Oh, hier! Easy peasy alleine gemacht! Damn! Aua! Aua! Er überlegt sich das noch mit Samstag? Ob er Spaß haben möchte oder er lieber weinen möchte im Keller. Genau. Weil mehr gibt's nicht. Es gibt nichts der Zwischenleute. Es gibt nur Spaß oder Wein. So sieht's aus. Oh, hab ich das schon wieder lese. Spieler-Level noch breiter, Spieler-Room noch breiter. Ja, dafür wieder, wir kriegen auch Schnauze. Drehte bei, Sven, geil! Natürlich! Ah, die haben sich so viel Mühe... Okay, im Gegenteil ist ein ganzer Clan, geil. Ja, gut, ne? Das sieht man am Logo. Wir haben alle diesen Fluss. Ähm, Janik, bist du bereit? Ja, ja, du, hier vorne hab ich mir... Hab ich mir schon damit abgefunden, dass da nichts mehr rumkommt. Nein, wir haben auch eine Kriegstreiberin in einem Team. Hm. Auch jemand, der hier hinterlistig reingelegt wurde. Ja, doch, das ist das Squid-Symbol. Das heißt, das kann nichts mehr. Hehehehe. So, jetzt müssen wir wieder Punkte einnehmen, Svenny. Punkte einnehmen, ja. Unsere altgewertete Taktik. In die Ecke treiben und dann draufhauen? Ja. Okay. Und dann feststellen, na, funktioniert nicht. Hehehe, schnell weg. Ne, ne, jo. Hehehe. Okay, mach mir. Ich finde übrigens, die volle King-Musik habe ich auch auf... Ja, wurde er gelangt für das Video. Ja. Ähm... Finde ich übrigens sehr krass. Ist sehr schön. Ja. Auch wenn wir so eine Kampfmucke, die wir noch gar nicht haben. Wahrscheinlich nur für Bossweiz oder so, ne? Kann sein, aber... Da war eine krasse Mucke. Was ist das denn für eine Rüstung hier vorne bei Pell 1? Ich weiß nicht, was das hat ja überhaupt für eine Rolle. Auch ein Wächter, oder nicht? Nee. Der hätte schon wieder komplett anders. Das ist ein Krieger. Ein Ritter, aber... Keine Ahnung. Der Oberer vielleicht? Kann es. Der Oberer hat doch ihr Schild und, äh... Da hier... Geschwung-Dings. Bomgstern. Das war doch der Oberer. Ich hab keine Ahnung. Ist egal, Sven. Wir kriegen hier auf den Sack. Das war's eh gleich. Jetzt war mit uns umgekehrt. Keine Sorge. Ja, scheinen die Klippe runterwerfen ist immer gut, aber ist nicht so für... Oh, na weißt du? Also... Ja! Was hat das Spiel mit vorne zu? Klippe runterwerfen mache ich immer nur Notfall. Aha! Da guckst du doch. Komm auf mit... Oh, zwei! Huh! Das ist doch witzig, Jungs! Wow! Wow! Svenny! Ich bin gleich tot! Svenny! Ich bin tot! Ja, wir sollen mehrere drauf als da. Ihre vorbei. C war nicht so gut. Nee. Ich bin fast auch echt nie... Haben wir jetzt A bei uns? Haben wir C bei uns? Keine Ahnung. Ich weiß, B ist so geschwassend im Mitte. Ja. Und welche Seite ist denn er bei uns? Weiß... Das ist immer schwierig. Mhm. Was sieht man halt nicht so gut hier? Nee. Der ist ja glaub ich so eigentlich neutral oder so. Ja, B sind zwei. Naja, die machen wir jetzt. Kein nix. Jetzt sind wir im Partei! Haben Sven! Martin! Svenny! 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 Komm mal! Svenny! Wir haben's gemacht! Boah! Dafür hab ich dir auch noch einen Axt mitgegeben. Kannst du ruhig machen. Fürs Team. Geil. Lauf wieder einer Sven! Ah! Komm! Nix! Ey! Nix da drin! Oh Gott! Ich hab keine Ausdauer! Ich hab keine Ausdauer! Auf! Aua! Noch einer! Hinter dir? Naja, keine Zeit. Okay, ich bin tot. Der war einfach zu schnell. Oh, come on! Warum dufte ich nicht? Frech. Ich weiß nicht. Die sind wahrscheinlich so schnell. Die Samu reiß, ne? Ich bin aber auch einfach schlecht. Gar nicht wahr. Wir sind richtig gut. Ja, ja. Okay. Drei bei C. Hab ich glaub ich gesehen. Einer rennt jetzt nach A. Von den Gegnern. Zone A. Verloren. Hehehe. Das war's gut. Hehehe. 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 Ich hab auch an A. Komm. Okay, komm. Kein Nix. Kein Nix. Hier greifen wir uns. Hehehe. Hehehe. ja ich hab den weg sein wirklich geht boah, geil ab wieder auf B, bis es wieder neutral ist ok, ich kann es aus der Luft an ich kann es direkt aus der Luft boah, er sind zwei Sven nichts mit auf der Luft wo sind die? wo sind die? äh, B Mitte B Mitte, ok jetzt rennt wieder einer nach A pass auf nix, pass auf, ich werde hier geblockt ok, ich bin tot boah, wie du ihn noch weggenommen hast ja, bringt mir aber nix, weil er sich den Schaden macht aber trotzdem sah er cool aus oh man ey, ihr Stuck Minions ich bin gleich hier halt bei dir ich bin gleich hier halt bei dir ich komm mal gesprintet ja, hau ab das ist mein Ding hab die Wiesel kannst nix manchmal fällt Zona A verlor meiner oh weg mit dem geil, hat wieder B wieder was drin, voll das auf A auf A auf A statt uns Zona A verlor nein A gehört uns Zona A eingenommen einer muss blocken und einer muss schlagen Zona A und einer muss schlagen Zona A Zona A Zona A aber schlagen mal Ja, ich bin leider gestorben. Naja, dann kann ich vielleicht noch was nutzen. Ich geh mal kurz zu C rüber. Einfach nur mal kurz HALO sagen. Okay, getrunken. Ich überlebe das nicht. Jetzt hilf doch mal. Oh. Aua, zwei gegen eine sind fair bei C. Aua. Sandwich, Aua. Ja, wo Sven. Rache. Ja, wo Sven macht die Rache. Svenny. Einer kommt jetzt an, der macht die jetzt fertig. Okay, wir haben jetzt zwei Punkte verloren. Oh, die brennen. Ich liebe noch. Oh. Zona A. Hallo. Ja, das ist halt auf dem Press. Pass auf. Okay. Ich heil mich nicht. Ich werd lieber gekillt von dem Mankling. Ja. Oh mein, oh mein, oh mein. Okay, wir brauchen schnell wieder hier Punkte. Hau ab. Du dreckiger Räuber. Ich hab ja B für uns geholt. Was denn nicht für dich? Ich hab A geholt. Ja, das war okay. Kommen wir jetzt mal mal nach A. Da kommt vermutlich die erste gleich wieder angewiesen. Ja, ich hab hier einen. Ja. Samurai. 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 Okay, zwei bei mir. Sieht aus wie zwei Samurai's. Eheh. 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 Tot! Stirb. Aargh. Gut. Die Respawn nicht mehr Sven. Jetzt müssen wir sie fertig machen. Da beide sind unten. Das sind die letzten beiden. Die Mamm, was ist denn? Der letzte ist hier. Da. Hey! Okay, was ist der letzte? Der andere ist immer hier. Lauf! Lauf! Komm! Warte. Weg da Sven, weg da, weg da. Eins gegen eins. Eins gegen eins Sven. Sven! Ja, okay. Ja, komm. Sven! Du machst den. Du machst den. Eins gegen eins. Wir sind ehrenhaft. Die beiden in unsere Ehre. Kommst du mir Sven? Wo bist du hingelaufen? Ich bin auf der anderen Ecke. Achso, ich bin noch oben. Wir bleiben ehrenhaft. Okay, komm. Ich weiß noch nicht, was das bringt, aber okay. Ich komm. Ich hab den Geld aufgekriegt. Ich hab den Geld aufgekriegt. Ich hab den Geld aufgekriegt. Oh Mann. Ach nee, nur Samurai ist. Ach, Gott. Ich hab den Geld mit uns. Wir haben ihn mit unserer Zweihand Gang gegen die Samurai Gang. schon wieder die dortmund warum spielen denn alle samurais weil die selber nicht gegen samurais spielen können deswegen ist deren logik dann müssen sie muss das mega stark sein und deswegen spielen die viele nicht auf samurais klarkommen ich verstehe nicht weil die so leidlich fertig weil die halt an sich ja nicht viel aus die samurais als die teil also diese schnell hier aushalten tun sie nicht ich lieber der wächter der linders in all ronda ist ja alles einigermaßen gut kann ich gehe mit ja ein bisschen ich weiß das genau vor meiner nasa bis die troppe weit weg noch geschafft auch knapp so eine a reingenommen hey wir fassen sich das noch geil kommt schon die jungs ihr holt euch b sag mal hier unter geht geht er Ja, genau. Boah! Du kämpfst, du kämpfst. Boah! Gar kein Bock mehr, wa? Hör mal! Das war deine Belohnung. Spass dir einen, spass dir. Da kommt wieder einer. Da kommt eine andere. Wie steht denn? Hä? Hä? Was? Ich muss ja an dieses Memes-Video denken. Du bist vor Ort. Weißt du, komm da einfach drüben? Vorbei gerannt. Sagt einfach Hallo und schieß. Oh! Hier. Easy peasy alleine gemacht. Das ist Fenni. Abonnieren! oh Gott, wir haben Baby verloren. Leute, jetzt holt euch doch B oder C. Soll ich den Luftangriff machen? Ich fand das gut. Einen Punkt muss auf jeden Fall verteidigt werden. Ja. Boah, ich hab einen Levelausstieg bekommen. Komm Leute, machen wir was. Seid gut. Da kommt wieder einer, Sven. Das ist gut. Du bist du. Oh, du hast es, du hast es? Aua. Der ist ein Versuch, für den Zens. Der ist ein Wettbewerb. Aua. Oh, der ist ein Wettbewerb. ich bin tot das hast du okay wir gehen wir zusammen alle drei punkte von alter belastend ist auf karl macht man ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot Na? Oh, come on! Lass uns doch! Warte auf! Oh, Manni! Du wies! Oh, Manni! Sven! Ja? Jawohl! Eingekesselt! Ich hole mir ein bisschen Leben. Ihr macht das schon? Immer die falsche Richtung. Kriegt ihr den hin, oder? Ich nicht, aber der Maid macht das jetzt. Ah, da kommt noch einer. Alles hier sind zwei. Komm, wir holen immer die anderen Tonpli. Okay, das kommt gut. Noch unten. Wir brauchen noch mal die anderen. Wir müssen noch mehr als... Dankeschön! Dankeschön, Manni! Wir brauchen noch mal die anderen Tonpli. Ich krieg die mir immer kurz mit. Aua! Jetzt machst du, Sven! Geil! Er ist tot! Nein, Svenni! Svenni ist ja ruhig! Ich mach nur das Test, Leute! Das ist okay! Oh, Leute! Nein, 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 nein! Okay, da ist noch einer! Ja, ja. Nice, Svenni! Boah! So sieht's aus! Der Tod ist doch zu gut für sich! Ja! Geil, dann haben wir wieder Beko! Zack! Zack! So! Ich zieht verzieren! Am Kill! Geil! Schön! Oh! Aua! Zona A eingenommen! Zona C eingenommen! Boah! Ich hab sehr gut! Was geht der jetzt? Alles! Siggi! Ich bin heftig! Ich geh kurz zu C. Mich heilen! Ja, Mario. Hat mir ein bisschen angehütet. Aber ich hätte endlich vieles in meinem Buch herausgefunden für mich. Was bringt es eigentlich, was ich drauf gemacht habe? Äh, das ist jetzt das Feld darin macht man mehr Schaden. Ah! das gilt für dich und wenn ich auch jetzt für mich weil ich drin ach so okay gut das zweite was das heilen habt ihr meinen sprungangriff versucht der wohnheit geil ist tot die schweine ok er kommt okay oder dahinten ist einer ja ich hab von bin geworfen ja ich muss gar nichts machen was ja nein wir gehen einfach da wo wir nicht sind und dann können wir die Punkte holen dein Team bricht ein ich hole mir schnell zäh das feindliche Team bricht ein einer hat mit Fällen auf uns geschossen Leute aber wir gewinnen gerade die können jetzt nicht mehr spawnen und deshalb da ist einer drin wir sind zwei Boah Boah Ja Boah Na komm ich Meiner ist tot Meiner noch nicht Hör mir mal Okay Boah 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 Weißt du wenn du redest verlässt du auch mal automatisch den Raum hin Weißt du Jaa keine Ahnung Warte mal Jetzt versuch ich rum Hallo Ja Boah 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 Da kommt einer da kommt einer Hier im Gang Wie ist es im Witz dein Gang rennt ich will gott ich werde gar nicht gut und mann und mann immer diese liniere und ein schönes start so eine klatsche es wird nichts ich habe zwei leute auf b will ich nur mal gesagt haben ok ja nice schlägt die stelle als ich reagiert dann. Sven, wo bist du? C. Zwei gegen Heine ist da. Aber bist du auf dieser B-Pol? Ja, aber... Was ist denn los mit dem? Team-Mate schützen. Hast du ja auch schon bei vorne im Field? Nee. Keine Ahnung. Gefühlt wirklich. Leute, ich hätte B echt über Hilfe gebraucht. Sven, du bist ein richtiger Anti-Mate. Janik! Er rennt! Er fliegt! Er fliegt doch an! Ja, aber er kann nix. Oh, er schmeißt mich runter. Ich hab jetzt hier geholt. Alleine, aber es wird wieder nix machen. Ich hab C verteidigt. Er scheint ja nicht. Doch, C gehört uns. Na, das hat ja nicht. Für mich ist die Woche morgen rum. Hab am Freitag Urlaub. Oh, das ist wirklich. Du glücklicher. Ich hab schon die ganze Woche Urlaub. Hey, A, da steht da oben rum, Leute. Aha! Du glaubst dann nicht. Kannst du da drauf? Kannst du da drauf? Kannst du da drauf? Ja, genau. Er hat die Bärenfalle gelegt. Oh, Mann. A hat er eingenommen. Ja, das ist ein Bärenfall. Jawohl, Leute. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich krieg immer von denen mit den Schnauzen auf die D. Die C. Na gut, ihr seid mit drei Mann auf B. Da geh ich mal nicht nach B. Ja, ich komm hier nicht raus. Da geh ich mal nicht nach B. Ich krieg eh nur Rache-Modus. Ich krieg eh nur Rache-Modus. Haha, was tut mir dann denn für der Hörs? Sven? Ja? Rette dich! Wie bin ich jetzt gestorben? Wie bin ich jetzt gestorben? Bald hole ich mir noch mit dem PC und dann noch Vorhörner. Ja, bei Vorhörner musst du auf jeden Fall wissen, das Matchmaking ist nicht so cool. Aber sonst kann man es so nicht hier. Okay, zwei auf A, drei auf A. Macht das, Leute. Ja, ich war grad wieder belegt. Oh, ja, nett. Ich verteidige gerade B, Leute. Alleine. Hast du denn schon ein paar... Hast du dir schon ein paar coole Sachen rausgesucht? Weil PC holst du dir so ein... Du stellst dir quasi selber so zusammen? Oder holst du dir einfach so ein Komplett-Ding? Weiß ja nicht, wofür du die halt nutzen möchtest, so ein PC. Für krasse Games oder sonst irgendwas. A4 Honor? Weiß nicht, ob du das auf der Konsole schon gespielt hast? Ist schon krass. Hey, gegen mich! Sveni, mach doch mal! Ich hatte Rache, aber 3 gegen 1 ist unfair. Warte mal! Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs! Woll den anderen da... Ah, ne, das ist da random. Ich kann gar nichts. Boah! Ich hab nur geploppt und du hoffst drauf, das ist gut. Dann kriegt er auch keine Rache. Jawoll, hau ich ihn weg! Ja, nice! Jawoll, Leute! Ich bin auch da! Da ist noch einer! Wo ist einer? Jetzt noch einer! Jawoll, Alter, da komm ich rein da! Oh, egal! Weg, Alter! Nice! Ah, die Weta hast du damals gespielt? Ja, ich mach ich halt 10 Leute! Kommt 3 gegen 2, jetzt noch! Schafft ihr! Okay! Okay, ich bin tot! Ja, im V-O-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H-N-H! Die ist halt random! Es gibt quasi nicht so... Es gibt kein richtiges Matchmaking in dem Game! Deswegen muss man sich daran gewöhnen, dass man zwischendurch einfach so Pro's gegen Noobs hat und man kann auch einen Pro in seinem Team haben oder was weiß ich. Aber... hey! Hätte ich auseinandergerissen? So... Hey, du Juh! Ich fiege mich ja immer da... Auf die Fresse! Ja, Trüben! Ich wollte mich nur konstruktiv... Es ist abgehauen, verdammt! Schwingen! Warte, wo ich nicht hinlaufen hätte, ist mir das wieder reingenommen! Ach, belastend! Ja, ich bin tot! Tot, tot! Dein Team hat sich erholt! Nein! Warte, ihr müsst das ein paar Sekunden halten, Leute! Ein paar Sekunden halten! Alter! Ich bin von allen Seiten gehauen, das geht gar nicht! Nein! Schwierig! Komm mal! Die geht zu C! Die geht zu C! Dann geh ich zu A! Du hast Probleme! Okay, 2 auf C! Dann geh ich auch nach A! Dann haben wir 2-2 aufteilen! Okay, A gehört uns! Ja, da kommen eh gleich welche! Ach so! Schau da A! Genau! Ja, genau! Mach mal so! Genau so ist das Matchmaking! Ja! Hinter dir! Woah! 3-2! 4! Woah! Wo ist das unser Team? Wo ist das unser Team? Was ist das denn? Wir versuchen gerade B einzunehmen wieder! Ich bin tot! Ich bin tot! Wir haben B eingenommen, Leute! Ja! Oh Mann! Einen hab ich gemacht! Ah! Ich hab auch... Ja! Ja! Aber ich mein, daran merkt man es auch! Aber ja, trotzdem ne! Selbst wenn du Smurf bist oder sowas! Also sei für die Neuanfix oder Smurf! Ich mein, das... Ich stell das System halt nicht fest! Ne? Also an sich das Matchmaking sagt halt auch die gar nicht mehr aus und so! Also du kannst halt wirklich alles an Gegnertypen haben! Oh Gott! Ey Gott, sehr dank! Dann geht das so klar! Alles klar, Leute! Kommt! Das kriegen wir jetzt hin! Ja! Kriegen wir jetzt noch die Reihe! Ich bin nach... Ich bin nach A gelaufen! Ich bin nach B! Ja! Ich unterstütze dich, Sven! Perfekt! Ich hol grad A! Einer ist von A nach B gelaufen! Ah! Zwei! Zwei! Vier! Vier! Ich komm da nicht raus! Scheiße, ich bin stuck! Ich bin tot! Ich muss hochlaufen, Alter! Das ist nicht high-end! Ey, ich bin da! Ich meine... Oh Gott, Alter! Vielen Dank für den Follow! Vielen, vielen Dank! Dein Team bricht ein! Alter, ich mach gleich den Berserker-Modus, dann geht's los, Alter! Dann geh uns aufs Maul! So, wo sind die? Da kommt einer hoch! Verdammt! So... Berserker, Alter! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los, Alter! Berserker! Ja, okay! Alles klar, ich bin stuck! Okay, das war's mit dem Berserker! Los! Das weichliche Team bricht ein! Oh Mann, ey! Wie spannend das ist! Oh nein, da... Oh Gott! Da kommt nicht mehr wieder! Ja, ich komm nicht wieder! Drei gegen vier sind nichts! Außer du holst mich! Außer du holst mich schnell! Ich bin an der Treppe! Ja, ist der da? Ich probier's! Ich probier's! Ich hab' nicht geschafft! Okay, okay, okay! Wir sind alle vier auf C! Nice! Ich heil mich kurz oben auf A! Ich bin tot! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh Mann, einen hätt' ich gehabt! Aber es sind immer noch alle vier hier! Oh, das mit der Rache ist so schwierig manchmal! Einen hab' ich! Zwei hab' ich! Ich hab' alle... Ich hab' alle vier! Fuckin! Oh! Janik! Alter Janik, GG, Alter! Das ist halt GG, Alter! GG, Leute! Wir haben's gemacht! Das war ne Team-Sache, Leute! Das war ne Team-Sache! Das war eindeutig 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 ne Team-Sache! Alter, unser Random-Mate hat zwei im Case gemacht! Das war 3G4! GG, Leute! Das war eindeutig ne Team-Sache! Wir haben's gemacht! Wir haben's gemacht! Das war' und wir in den siècle! Das war's! Das war's! Das war's!